Winterzeit ist Grippezeit. Hallo, Gregor Küni hier und jetzt. Die jährliche Influenza-Welle beginnt meist im Januar und dauert drei bis vier Monate. Wie kann man der Grippe vorbeugen? Wie kann man sich davor schützen, an Influenza zu erkranken? Ist die Grippeimpfung tatsächlich die einzige Alternative oder stehen uns auch noch andere Wege offen? Sicher ist, dass es sich nur selten lohnt, die eigene Gesundheit dem Zufall zu überlassen. Was du konkret unternehmen kannst, um dein Immunsystem zu stärken und eine Grippe vorzubeugen, beschreibe ich dir im nachfolgenden Blog. Ich wünsche dir viel Spass beim Lesen.